Mehreren Quellen zufolge hat Cyberlife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren an Politätspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Adroiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten Cyberlife um einen Kommentar. Mal gucken, wie es mit ihm weitergeht jetzt, ne? Okay, finde Jericho. Ich suche das Graffiti. Ich weiß, das ist verrückt, oder? Ja, ja, klar, wir reden später. Ja, die Frage ist... Ah, okay. Das sieht wohl auch aus wie eine Außenmauer. Wo braucht das Graffiti ist? Das war jetzt nicht da drüben, nö. Ja, ich finde das Graffiti. Entspann dich. Das war jetzt nicht da drüben, nö. Ja, ich könnte jetzt schon gerne runter. Darf ich das nicht? Ich habe ja nur das eine Graffiti hier. Das heißt, ich muss jetzt runter. Ah, okay. Da darf ich. Guck mal, da hinten ist doch wieder ein Graffiti. Oh, tut mir leid, Verzeihung. Bis hin. Ja, Boxhanschuh. Halber Löwenkopf. Okay, bunte Mauer. Das ist ein Zaun mit Stacheldraht. Das ist ein Graffiti. Und jetzt. Ja. Da. Das sieht gut aus. 1 Nummer 2 Roboter Ich würde sagen, dass es hier in die Richtung weiter geht. Man soll ja dem Weg so ein bisschen folgen. Da. Okay, hier sind das diesmal drei. Sie sind wohl verdeckt. Krieg mal. Ich muss knapp drücken, ja. Sorry, ich wollte gerade einen Schluck neben. Hey, 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 haben Sie in Della? Ich würde gerne eine접felde. Ich würde mal versuchen, dass ich den Weg nicht versuche. Okay, dann kann ich das sehen. Ich würde sagen, Sie sind da. Ich würde sagen, Sie sind da. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen. Das nächste? Okay, die anderen müssen auf anderer Seite sein. Ich finde einen Weg auf die andere Seite. Umlatschen. Ich kann hier sonst nichts machen, ne? Ich darf hier aber auch nicht zurückklettern. Also muss ich hier was finden. Öltone vielleicht? Manchmal kann es so einfach sein, ne? Okay, der wäre also auch gut im Parcours. Ne, das hatte ich, ne? Das hatte ich noch nicht und da. Okay. 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 Das wollte ich auch eigentlich, glaube ich. Auf geht's. Nice. Okay. So. Das sieht doch gut aus hier. Toll, wo ist das dritte? Ah da. Natürlich müssen wir da hoch. Ja. 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 Wim Kamal. Ja. Ja. Das ist aber auch nicht. Oh, dann führ mal aus. Ja, außer so ein Parcours-Läufer kommen da wenig Menschen hoch, glaube ich. So, nächstes Graffiti in der Halle. Okay, ah, da. Okay, ah, da. Wow, der letzte Hinweis, ne? Jericho, da stand's doch eben. Ich gelange zum Schiff. Das sollten wir auch noch hinkriegen. Oder auch nicht. Okay. 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 Ja, jetzt hab ich das gesehen. Genau, nur. Okay. 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 Yeah, wir nehmen den Kran. Das ist ein Kram. Was ist das? Das ist ein Kram. Alles Gute ist er zwar nass, aber er friert ja nicht. Halt schon weg. Ich hätte es gedacht, dass die eigentlich im Dunkeln sehen können, so faroten mäßig. Aber das ist vielleicht erst nur für uns, damit wir was sehen, ne? Ja. Ähm. Jo. Also es hört sich auch schon so an, als wenn hier jemand ist. Mann, wo gehst du denn hin? Ja. Ja. Musste das jetzt sein? Ich bin voll erschrocken. Ja. 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 Blau aus. Eine Sache habe ich hier irgendwie nicht gefunden. Ne, zwei, drei, vier. Okay. Aber im Großen und Ganzen zufrieden. Abgeschlossen. Wunderbar. Wunderbar.